Jetzt langsam wegnehmen, mitsteigen und jetzt langsam die Masche rufen. Etwas steiler. In 100 km. Die Bauten. Fahne! Fahne, Fahne! Fahne, Fahne, Fahne! Fahne, Fahne! Das sieht zwar schön aus, sondern da rollen nix, oder? Wie ich der 2 genau entgegen kann, den Aufbilder machen. Da kann ich auch ne Grenze rein. Ja, das ist gut. Ja. Frage, woher die Piste ist bereit? Ich mach dir die letzte Klappenzellung echt. Ist eingerastet und schaffst du die Klappenzellung rüber. Ich mach dir das. Ich mach dir das. Ich mach dir das. Ich mach dir das. Ich fahrt halt die Klappenzellung an. Genau, ein Drinkel. Ich stell sein Gleitfaden rein. Achtest du auf deine Fahrt. Jetzt fernst du ruhig. Über den Baum noch drüber. Machen wir Klappen rein. Klappen ganz raus. Und ran an den Boden. Und transfert, transfert, transfert. Ja. Mal landen. Mal landen. Mal landen. Mal landen. Jetzt komm mal. Wir sind ja einfach nur noch. Wir sind ja auf. Aber ich kann mich mit einem Baum audiencee chemischen Flugzeug. Oh, shit.